Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Handelspartner, mein Name ist Max Lössel. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von AgriLution. Wir sind seit Ende 2019 eine 100% Miele-Tochter. Bei AgriLution beschäftigen wir uns schon seit sieben Jahren mit dem Thema Vertical Farming. Es geht um die Zukunft der Ernährung und wie wir den Ort der Produktion so nah wie möglich an den Ort des Konsums bringen, also zu uns allen nach Hause. Mit unserem PlantCube machen wir den gesamten Prozess vom Saatgut bis zur Erntereife kinderleicht und unterhaltsam. Wir ermöglichen tägliches Ernten 365 Tage im Jahr. Wir liefern einen wesentlichen Bestandteil des täglichen Bedarfs an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien für ein gesundes Leben. Dafür haben wir unser Vertical Farming System entwickelt, das es jedem ohne jegliche Vorkenntnisse ermöglicht, das gesamte Jahr über frische Salate, Kräuter und Blattgemüse anzubauen. Frei von Pestiziden und ohne jegliche Transportwege. Unser Ökosystem besteht aus drei Komponenten. Dem PlantCube, unseren Saatmatten und einer App. Unser zentrales Element des Ökosystems ist der PlantCube. Ein vollautomatischer Gewächsschrank im Standard-Küchen-Einbau-Format. Der PlantCube funktioniert komplett ohne Erde mit unseren sogenannten Saatmatten, in die das Saatgut bereits integriert ist. Unsere App dient als User-Interface und ermöglicht es den gesamten Wachstumsprozess zu verfolgen. Schauen wir uns den PlantCube etwas genauer an. Der PlantCube kann sowohl freistehend als auch als Einbaugerät genutzt werden. Der PlantCube ist mit vielen Sensoren ausgestattet und WiFi-fähig. Er wird also automatisch mit kostenlosen Software-Updates versorgt. Er bietet den Pflanzen alles, was sie brauchen, um vom Saatgut bis zur Erntereife heranzuwachsen. Die Bewässerung läuft komplett automatisch ab. Im Sockel ist sogar ein Tank verbaut, der für vier bis sechs Wochen reicht. Und wir brauchen keinen Festwasseranschluss. Das Sonnenlicht ersetzen wir mit LEDs, die den Pflanzen genau die richtigen Wellenlängen bieten. Und unsere sensorbasierte Klimakontrolle kümmert sich um die ideale Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Luftverteilung und sorgt somit für den perfekten Frühlingstag jeden Tag. Unter diesen Idealbedingungen im PlantCube wachsen die Pflanzen zwei bis dreimal so schnell wie in der Natur und sie entwickeln trotzdem den perfekten Geschmack sowie alle gesunden Inhaltsstoffe. Nun kommen wir zur App. Wenn mein Rucola erntereif ist, bekomme ich einfach eine Push-Notification geschickt. Zudem dient die App auch als Shopping-Interface, um jederzeit neue Saatmatten bestellen zu können. Die Saatmatten liefern wir dann innerhalb von 48 Stunden trocken zu Ihnen nach Hause. Und pro Ebene kann man bis zu vier verschiedene Saatmatten einlegen, die dann innerhalb von einer bis vier Wochen erntereif sind. Im Portfolio haben wir schon heute über 20 verschiedene Sorten und es werden stetig mehr. Darunter befinden sich heute schon Microgreens, Salate, Kräuter, aber auch Mixes. Um die Vielfalt unseres Portfolios zu zeigen, sieht man um mich herum eine Auswahl unserer Pflanzen erscheinen. Vom normalen Basilikum über alte Sorten, die man im Supermarkt gar nicht bekommen kann, wie alte Rauke oder Grünkohl bis hin zu ausgefallenen internationalen Sorten wie Wasabina oder Pak Choi ist damit für jeden Geschmack etwas dabei. Auf unseren gemischten Matten lassen wir fertige Gerichte wachsen, wie zum Beispiel einen Smoothie oder Salatmischungen oder geschmacksintensive Kräuter und Microgreens für kulinarisch begeisterte Hobbyköche, die ihrem Gericht damit noch den letzten Akzent verpassen wollen. Seien Sie dabei bei dem nächsten großen Schritt in Richtung Küche von morgen und begeistern Sie Ihre Kunden mit etwas, das Sie so noch nie gesehen haben.